Hallo meine Lieben, ich bin's wieder eure Crazy Silvie und ich habe euch heute mein neues Büchlein mitgebracht, denn ich möchte euch einen Einblick da rein verschaffen. Das heißt Crazy Easiness, weil hier ganz ganz viele echt einfache Teile drin sind, die sind Anfänger geeignet, aber auch zum Strickgucken und Entspannen, was ihr hier schon aus dem Kanal kennt. Das heißt, es ist viel glatt rechts, ihr müsst nicht viel denken, ihr könnt eure Lieblingsserie nitflixen und netflixen und strickt euch dabei einfach das nächste modische Teilchen. Und alle Anleitungen sind so aufgebaut, dass es kurze Teile sind, die ihr euch leicht merken könnt. Das heißt, ihr könnt natürlich auch eure Strickwerke mitnehmen, wohin ihr auch wollt, zum Stricktreffen, in den Park, in den Biergarten oder oder oder. Und ihr findet hier natürlich ganz viele Sachen vom Pulli über Accessoires, Tücher, Hoodies, Jacken und 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 und. Also ein Blick hinein lohnt sich und natürlich könnt ihr auch alle diese Modelle noch selber mit Mustern versehen. Also wer einfach Bock auf ein bisschen mehr hat, der nimmt die Konstruktion aus dem Buch, sucht sich sein Lieblingsmuster raus und baut sich sein ganz ganz individuelles, eigenes, super schickes, modisches Teilchen. Also ich freue mich, wenn euch mein Büchlein gefällt, wenn ihr dort einen Blick rein werft und gerne könnt ihr mir natürlich Feedback unten in die Kommentare geben und Wünsche, Fragen, Anregungen, was ihr vielleicht in den nächsten Büchern sehen wollt. Und dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.